Danke Leute! War'n super Abend! Was heißt das denn jetzt wieder? Was hast du geleistet? Was hast du geleistet? Jetzt sing einfach! Hast du mich da kennen sehen? Jetzt singt's mir schon! Sing it, baby! Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Ich koche kein Essen von da. Und es liegt an Brandenburg. Danke, das war echt. An Brandenburg. An Brandenburg. An Brandenburg. An Brandenburg geht's wieder her. Voll in die Anlege. Was soll man noch machen? In 17, 18 in Brandenburg. Es ist nicht alles Chanel. Es war meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weg gehen aus Brandenburg. Da stehen drei Nazis auf den Hügeln und finden keinen zum Verbrüdern in Brandenburg. Brandenburg. Ich fühl mich heute zu leer. Ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von drei Millionen. In Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Brandenburg. in Brandenburg. In Berlin In Berlin. In Berlin. In Berlin. Ich bin der Verlieb, alle Wolken dahin, es wird wenigstens wahr. Vier Jahre haben die gebotert in meinem Keller, das geht immer noch. Brandenburg, in Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geboren. Was soll man machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Liebe, kein Wunder, dass der Boden nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Wieser am Racken in Pfeibad zieht, dann ist man im Naturschutzgebiet. Wenn man in Brandenburg, Brandenburg, ich fühl mich heute so aus, gebrannt. Brandenburg In Berlin, da kann man so viel erleben. In Brandenburg soll es wieder Wörter vergehen. Brandenburg In 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 Brandenburg Lassen Sie mich durch, ich bin der Chirurg, ich muss da warten, warum? Nimm dir Essen mit, ich muss da warten, obwohl es solche mittlerweile sehr viele sehr gute Restaurants geben, wie im Lande, meistens sind die meisten von Oktober bis März geschlossen, wenn man zu Hause will, muss man euch branden.